Ich bin Maria Lamere, nach bürgerlichen Einschätzungen eine sogenannte jenische Schriftstellerin. Aber gleichzeitig bin ich ein Opfer der Vernichtungsaktion Kinder der Landstrasse, der Projuntute. Ein Opfer von vielen. Die Augen dieses Kindes erzählen eigentlich schon die ganze Geschichte. Als dieses Foto gemacht wurde, hat es schon Pflegeeltern, Heime, Anstalten, Elektroschocks und Vergewaltigung erlebt. Die langsame Ermordung seiner Seele.